diesen hier wie hast du dich so schnell geheilt alter mann ernsthaft nicht ernsthaft oder immer schon turnen in meiner wohnung sowas wie in zeitschriften ständer gibt es nicht vielleicht bei den regalen ja da kannst du nichts reinlegen zeitschriften regal kann ich hier was reinpacken wir werden es gleich wissen zur not zeitschriften regal warte mal erstens mal retour du kommst hierhin in etwa so ja sieht gut aus gut ja hier können wir was rein tun das ist sehr schön und zwar grognöck der bar mülljäger auszeichnung geht nicht rocco die tattoos ja und der brief wird auch nicht gehen oder ah cool yes genau so wollte ich das und der wackelpuppen ständer ich habe doch irgendwo schon mal eine wackelpuppe gefunden oder wahrnehmungs wackelpuppe ja genau ansonsten nein atomic command ist ups ok eine sieht ein bisschen arm aus aber was soll es nein das würde ich gerne so hinstellen sieht besser aus ja behälter wie sieht das ding aus er zerfranst auch zerfranst metallkiste boden safe nee schrank ja ja nein ach komm schon wie weit nach hinten kann ich ja sieht sogar fast gerade aus aber eben nur fast so sollte das ganze recht gut aussehen ja sehr schön nein und hier würde ich gern so dinge rein tun wie das ganze zeug hier ja die ganzen holobänder ist zwar überhaupt nicht übertrieben aber warte mal ähm ha your special ha cool wieso habe ich das noch nie überrissen ein gratis punkt ähm glück kann nie schaden oder was ich hier jetzt noch machen wollte ist auf den schrank irgendwas kleines drauf kisten mäßig ja ach komm kann ich das zeug nicht irgendwie bauen dass es nicht im nirvana steht ach lästig ähm eine truhe ja mal hin was haben wir hier weg zur kiste nein ähm siehst du ich kann es ja so auch machen ähm ja und die kiste der kühler ist zwar völlig übertrieben aber hier können die ganzen sachen rein und in die truhe ähm wo haben wir denn noch sachen ähm neugeljägerauszeichnung ach so das war das genau ähm ja ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr oder? ähm hallo hallo danke äh brief h-klammern würde ich mal 24 reinpacken wir werden nicht alle immer mit brauchen das modell das kann man sicher irgendwo ausstellen ähm subway token einer bleibt immer ein Mann ihr kennt das ja ihr special und das überfällige buch so dann haben wir noch 72 gewicht mit und das ist jetzt hauptsächlich unsere ausrüstung und die waffen ja ansonsten haben wir eigentlich nichts mehr mit die munition noch fusions kerne haben null gewicht das ist alles mit null gewicht okay passt haben wir wieder ein bisschen Ordnung geschaffen ich würde jetzt aber trotzdem zum einen in meinem Inventar ein Redaway mir wieder mal einpfeifen ähm dann dann würde ich gerne äh okay warum kann ich das nicht egal frag mich dann wirst du nicht belogen Glück 4 schön ähm wir könnten mal ein hier rein werfen Schlückchen Käffchen Prost blutiger Tod ist lieb aber brauche ich jetzt halt noch überhaupt nicht mysteriöser Fremder ist auch nett hm Prügler nein Nachtmensch du bist eine Kreative oder Nacht zwischen 18 und 16 und 12 Intelligenz und Wahrnehmung ne nicht wirklich ja okay ähm dann es ist 11 Uhr vormittags ich hätte gesagt wir knacken mal bis 11 Uhr nachts es geht jetzt einfach darum dass wir wieder ausgeschlafen sind und mit einer Schnellreise hoffe ich dass wir dann ähm wieder tagsüber unten sind das ist der Grund dahinter ja wir sind gut ausgeruht das höre ich gerne ähm Tür zu und dann werfen wir einen Blick auf die Karte und reisen nach Lexington jo ab geht's wer ist der hübsche her es steht nicht an seinen Beinen ok hätte ja sein können gut und wir wollen uns jetzt Corvega nähern ne ach gattchen ich werd's mir nie merken 12 Uhr 6 wir waren in einer Stunde herunten ja ne ist klar ähm das Brahman Skull ok ja hier in der Gegend hätte ich gern die Schottie Schott wow die Geräuschkulisse ist gerade ziemlich erschreckend ähm ne hier ist aber eigentlich wirklich gar nichts interessantes ernsthaft was ist mit mir? ich habe nur der World Bewohner gehört Power Rüstungs Station ok hier knattert's nicht ähm oh god gar nicht gut ähm lass mal gucken super duper markt ja ne eigentlich so gar nicht darf ich darf ich mal rein ne Bank hier komm ich wow Sicherheitstürsteuerung Tür öffnen danke oh da war wohl jemand schneller als ich na ein bisschen Geld ist ja noch da ähm nein xington super duper markt ok interessant ich möchte nicht unbedingt raus da vorne war doch unser Mülleimer ja ich krieg's mit ja 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 ähm lass mich mal hier rein alle hopp ne ne nö hallo danke ähm huch lustige Figuren die ihr hier macht Kinders ähm die Lunchbox hätte ich gern Mutterbeere ja ok ähm Wodka ja von mir aus ähm bin ich ja bin ich äh gerade ganz doof oder was verschlossen ah danke endlich hallo Hulchen don't ghoul me äh fool me egal war hier nicht äh Schlafsack ne aber hier war doch oder auch nicht was habe ich denn hier übersehen das geht doch gar nicht das geht doch gar nicht hier war doch irgendwo oder auch nicht und ich bild mir das alles nur ein ich bild mir das alles nur ein na toll aber ein Schlafsäckle besser als nischt ähm zwei Stunden vielleicht hilft's gucken wir mal ja Wetter ist definitiv besser gut dann ab Richtung Chorvega noch nicht auch die 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 Bisschen ankratzen, die Kumpers. Jaja, schieß nur. Einer weniger. Noch einer weniger. Mal durchladen. Die treffen mich in 100 Jahren nicht. Das ist das Gute. Wo bist du denn? Alle gut versteckt. Alle gut versteckt. Aber es sind zumindest zwei weniger. Ah, schade. Ja, er ist irgendwo da oben. Aber da hinten versteckt er sich, der kleine Scheißer. Ja, das hat gesessen. Und weg. Daneben. Huch. Das war mal ein Auto. Nö. Huch. Ey, danke, Guli. Und tschüss. Sorry. Aber danke. Ja, ja. Okay. Wenn du nicht herkommen willst, soll mir... Uh. Recht sein. Neues Magazin eingelegt. Oh. Wie? Was? Wann? Wo? Hä? Mama? Hilfe? Ah. Ich bin halt auch doof. Sorry. Das war jetzt auch strunzdumm gemacht. Ja. Ja. Das Ding hier ist mir um die Ohren geflogen. Warte mal. Wenn wir... Lass mal kurz was gucken. Licht aus. Hier war die Treppe. Genau. Zip, 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 zip. Und hier rauf. Dann ist das Auto genau in der Feuerlinie, oder? Ja. Das... Shit. Shit. Von hier... Von hier... Nee. Von unten bin ich zu niedrig. Nee. Krieg ich nicht. Okay. Ein Stock tiefer ist alles vernagelt. Schade. Es wäre ja interessant gewesen, ob wir vielleicht von hier herüben schon irgendwas... Warte mal. Und da Beschuss nehmen können. Nee, das war nur ein Baum. Okay. Und auch sonst... Nee. Von hier ist auch nichts drinnen. Nee. Aber von hier müssten wir doch... Hör auf zu gehen, Scheißerchen. Nicht mal angekratzt. Ernsthaft? Aber es ist nur Vorsicht. Der hat gesessen. Aber jetzt hat er sich versteckt, der kleine Scheißer. Mal durchladen. Und dann poppers. Das war ein Treffer. Brauchst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Komm schon her, du Wichser. Na, hast du Spaß? Ich kann das Ding aus dem Tag lang sein. Ich komm schon. Oh. War meine Alarmanlage besser wie du? Es sieht so aus. Braver Ghoul. Dann geh ich mal wieder. Ich kann das auch den ganzen Tag machen. Was zum Teufel war das? Ich weiß auch nicht. Mhm. Das könnte unter Umständen schmerzhaft werden. Lauf doch nicht davon. Hat's wehgetan. Hoppla. Ah, 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 ah. Nicht gut. Ähm. Ja. Und diesen hier. Wie hast du dich so schnell geheilt, alter Mann? Ernsthaft? Nicht ernsthaft, oder? Eine Nachricht. Das war jetzt aber... Hab ich's nicht mitgekriegt? Oder hat der sich ein... Ein Stimpeck reingehaut, während der hier in Deckung war? Wie uncool. Das war... Wie einfach auf, Arschloch! Lass dich verpissen, weißt du! So ähnlich. Ach, da oben. Okay. Da kann ich nix machen. Da kann ich gar nix machen. Das war jetzt echt doof. Schade. Wenn ich den losgeworden wäre, das hätte mir schon was gebracht. Ähm. Sehe ich da drüben jemanden? Im Moment nicht, oder? Nee. Hat er's mitgekriegt? Nee, ich befürchte nicht. Na? Weil ich's grad sehe. Ach, das war in den Sandsack. Und tschüss. Irgendwer ist da wieder böse auf mich. Drei Stück gleich. Ich glaub, ich soll Sicherheitshauer wieder speichern. Ihr kennt das. Was? Alle drei wieder weg? Du willst mich doch verscheißern. Sehe ich aus, als ob ich Morgensport brauche? Spiel, bitte. Niemand mehr da? Doch, da ist jemand. Da ist jemand. Sit. Ach. Komm. Nicht in Deckung gehen. Ist nicht lustig. Schade. Schade, schade, schade. Aber ich glaub, es hilft nix. Wir müssen dann langsam mal etwas näher ran, oder? Schade. Don't want to be a one-man woman Got me stranded like a boat in the sand Just the thought of not spreading my wings Drives me crazy Dressing up Fixing my strut Always prepared You never know who Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017